Heute bin ich wieder da. Jetzt gibt es das Smoothie Video und da ist jetzt drin Haarflocken, Sonnenblumenkerne, Kukosflocken, 1 Esslöffel Chiasamen, rote Früchte aus Brombeeren, Himbeeren, Reißelbeeren, Kirschen, 2 Bananen, Zimt, und halt Milch. Jetzt machen wir den Zutaten mal rein. Und die Bananen rein. Jetzt 1 Esslöffel Chiasamen, Kokosflocken, Sonnenblumenkerne, ein Haferflocken, und Zimt. Und jetzt wird gleich gemixt. Zimt. 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 So gucken, wie es jetzt schmeckt. So gucken, wie es jetzt kommt. So lecker aus, oder? So gucken, wie es jetzt. So gucken, wie es jetzt. Schmeckt sehr lecker. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.